Jürgen Klopp Nathaniel Klein, FC Liverpool Smalling von Manchester United Der Kapitän von Chelsea, Gary Cahill Und ein Debutant Das ist schon ein schöner Vorgeschmack auf die Euro Es ist der EM-Spielball, den Schiedsrichter Gianluca Rocchi jetzt an sich genommen hat In dem fünften Turnier, der hat immer mindestens das Halbfinale erreicht Will diese Spiele nutzen, heute gegen England, am Dienstag gegen Italien Um die Ernsthaftigkeit auch schon zu dokumentieren mit einer starken Aufstellung Ein Spiel mit beinahe Zum ersten Mal die deutsche Elf mit den neuen Auswärtstrikots Ein Grau-Schwarz Und es geht los Rüdiger und Hummels, die beiden Innenverteidiger Und Roy Hotzen kennt noch die Begriffe Vorstopper und Ausputzer Das ist alles noch gültig auf der Insel Oh ja Da ärgert er sich, der deutsche Torwart Da stimmt die Zuordnung Özil rechts ist Can Gomez positioniert sich In der Mitte, da ist er, die erste Aktion Von Mario Gomez Der war dabei in der Terrornacht von Paris Jetzt Buckland Hummelsstandard einschussbereit Die Gruhe jetzt Ballverlust von Khedira an Lalala Welbeck Und da war er Delhi Alley Die britischen Fachleute haben gesagt Man muss keine absurden Summen ausgeben Wenn man ein gutes Krautling hat Die Wahl von Khedira nach außen Auf die linke Seite, Reus Groß Khedira Mann ist das Da ist die kleine Und der ist das Und auf die Fahne Fehlt nicht Die Musik in Berlin setzt zu früh ein Gomez War ihm abseits Die alte Faustregel Wenn man sich nicht sicher ist Soll man nicht winken Weitschuss Von Henderson Und Kapitän des FC Liverpool Stammspieler bei der WM Aber hat nur ein Quali-Spiel mitgemacht Erste Möglichkeit Weil jetzt ist ein bisschen Platz da Groß Links geht Hector Und der Treff mit links Überrascht Buckland Der offenbar auch mit einem Pass nach außen gerechnet hat Aber der Mann von Real Madrid Zieht einfach ab 43. Minute Das 1 zu 0 Durch den besten Deutschen Spieler bisher Durch Toni Kroos Der Ball kam von Butler Direkt zu Özil Butler hat sich bei dieser Aktion ausverletzt So ganz unhaltbar war dieser Ball nicht In die kurze Ecke Breus Oh Und die Parade Von Fraser Forster Den zweiten Ball Und da ist Neuer Warum spricht man es an, dass er nichts zu tun hat Schöner Schuss war das Fehler von Can gegen Wellbeck Riesenmöglichkeit Ein bisschen überhastet von Jordan Henderson Eingeleitet Eingeleitet durch den Fehler von Can Der sich hier abkochen lässt Von Wellbeck Gomes Gomes Der Pastor zählt diesmal Mario Gomes zum 2 zu 0 Mario Gomes Sein erstes Tor seit der EM 2012 Vorbereitet das Ganze von ihm hier vom Kapitän von Sammy Khedira mit diesem Lopfer Situation noch nicht geklärt Cain Cain Das ist der typische Cain Ein Strafraumstürmer, ein Strafraumkiller Nur noch 1 zu 2 61. Minute Eine etwas verhaltete Freude Bei Roy Hudson Harry Kane Der Maskenmann aus Tottenham Dreht sich hier um die eigene Achse Vorbei an Özil Schöne Bilanz Neuntes Länderspiel Viertes Tor Für den Sturm Cain Immer wieder die Bälle aus dem Mittelfeld holt Doppelpass Mehrfach Mit der Fußspitze Abgewehrt Von Neuer Möglichkeit hier Nach Doppelpass Von Nathaniel Klein Was ein Traumtor Das ist Wadi Das ist Wahnsinn Und das ist das 2 zu 2 Der dritte Ballkontakt Das 2 zu 2 Muss man leidlos anerkennen Und den Hut ziehen Vorbereitet von Klein Und Rüdiger lässt sich da atypieren Aber da wollen wir weniger Den Fehler des Verteidigers Ansprechen als die Genialität Des Stürmers In diesem Moment Jamie Vardy Und während diese Zeit Wirkt ein bisschen unzufrieden Verständlicherweise Wenn man einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt Nächste Möglichkeit Und das ist Eine 100%ige Chance gewesen Eine 100%ige Möglichkeit Nach einem Riesenbock von Kedira Derli Alli Aufgelegt Von Vardy Aber für die Engländer War das eine schöne Party Hier In der Hauptstadt Und das 3 zu 2 Nach 0 zu 2 Heißt es 3 zu 2 Für England Der Torschütze Ist Eric Dyer Ein leichtes Schmunzeln Er fasst sich an den Kopf Der Weltmeister Nach dem 2 zu 0 Ein bisschen zu sehr Zurückgelehnt hat Schürrle Geht er nicht richtig In den Zweikampf In das Duell Mit Dyer Dem 22-jährigen Mittelfeldspieler Von Tottenham Er ist natürlich auch Ordentlich größer Und es bleibt dabei Seit der